AIT, warum sind Sie auf der Ennotanz? Das AIT, Austrian Institute of Technology, ist Österreichs größtes außeruniversitäres Forschungsinstitut mit über 1200 Mitarbeitern. Es ist eine riesengroße Messe, international besetzt. Sehr viele unserer potenziellen Kunden sind hier vertreten und auch wissenschaftliche Innovationen sind hier sehr stark zu sehen und deswegen sind wir auch da.